Wie ihr hoffentlich wisst, sind einzigartige Passwörter eine der besten und einfachsten Möglichkeiten, um sich gegen Cyberkriminelle zu schützen. Mit einem Passwort-Manager müsst ihr euch einzigartige Passwörter nicht mehr länger merken, sondern speichert sie in einem sicheren Tresor. Aber kann das überhaupt sicher sein, alle seine Passwörter an einem einzigen Ort zu speichern? Und welche der zahlreichen Anbieter sind empfehlenswert? Das schauen wir uns in diesem Video an. Ich bin Alex, euer Internet-Explainer und auf diesem Channel schauen wir uns an, wie wir unser digitales Leben sicher und privat gestalten. In der ersten Folge unserer Tool-Vergleiche werfen wir einen Blick auf Passwort-Manager. Und zwar schauen wir uns an, was eigentlich sichere Passwort-Manager ausmacht und wie fünf der bekanntesten Passwort-Manager eigentlich abschneiden. Bevor wir dazu kommen, lasst uns erstmal kurz darüber reden, warum Passwort-Manager eigentlich sinnvoll sein können. Die Verwendung von Passwort-Manager haben verschiedene Vor- und Nachteile. Eine perfekte Möglichkeit, um seine Passwörter zu organisieren, gibt es nicht wirklich. Passwort-Manager sind meiner Meinung nach aber das geringste Übel. Aber werfen wir mal einen Blick auf die verschiedenen Vor- und Nachteile. Der erste Vorteil ist, dass wir Passwörter auf Knopfdruck generieren können. Und zwar nicht nur irgendwelche Passwörter, sondern Passwörter, die extrem sicher und auch einzigartig sind. Das sind ja die zwei wichtigsten Kriterien für Passwörter. Dadurch habt ihr eine viel geringere Gefahr, von Breaches betroffen zu werden. Das heißt, wenn bei irgendeinem Dienst wie zum Beispiel Facebook oder LinkedIn eure Daten, also E-Mail-Adresse samt Passwort ans Licht kommen, dann können Kriminelle damit recht wenig anfangen, denn sie können sich nur bei diesem einen Dienst anmelden. Ein weiterer Vorteil ist, dass ihr euch nur wenige Passwörter merken müsst. Ich habe zum Beispiel mehrere hunderte Passwörter, merke mir davon aber nur rund drei, vier Passwörter, weil alle anderen in meinem Passwort-Safe gespeichert sind. Außerdem erlaubt euch ein Passwort-Manager eine einfache Synchronisierung. Die meisten Passwort-Manager erlauben es euch, eure Passwörter von eurem Computer an euer Smartphone oder an einen anderen Computer zu synchronisieren. Dadurch habt ihr eure Passwörter immer synchron mit dabei auf allen Geräten und gleichzeitig habt ihr auch ein Backup von euren Passwörtern. Das heißt, sie können nicht einfach so verloren gehen. Der größte Nachteil ist, dass ihr all eure Passwörter an einem Ort speichert. Das bringt natürlich auch ein gewisses Risiko mit sich. Wenn Kriminelle an euren Passwort-Manager, an die Daten in eurem Passwort-Manager kämen, hätten sie Zugriff auf extrem viele Accounts. Deshalb ist es umso wichtiger, dass ihr euren Passwort-Manager mit einem extrem sicheren Passwort verschlüsselt. Wenn ihr wissen wollt, wie das geht, dann schaut euch gerne mal dieses Video hier an. Außerdem solltet ihr für euren Passwort-Manager einen zweiten Faktor verwenden. In der Praxis bedeutet das, selbst wenn eure Passwort-Datenbank kriminell in die Hände fällt, können sie damit eigentlich nichts anfangen. Denn ein sicheres Passwort braucht mehrere tausend Jahre zum Knacken, erst recht, wenn ihr einen zweiten Faktor verwendet habt. Wenn ihr einen Passwort-Manager in der Cloud benutzt, ist das ein weiterer kleiner Nachteil. Allerdings überwiegen dadurch die Vorteile von Passwort-Managern, nämlich die einzigartigen und sicheren Passwörtern, eindeutig die Nachteile von Passwort-Managern. Starten wir erst einmal mit ein paar grundlegenden Funktionen, bevor wir uns die einzelnen Passwort-Manager im Detail anschauen. Die meiner Meinung nach wichtigste Funktion oder das wichtigste Merkmal, was jeder Passwort-Manager haben sollte, ist eine sogenannte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Auf Englisch wird das auch Zero-Knowledge genannt. Das bedeutet, dass nur ihr Zugriff auf eure Passwörter habt. Eigentlich könnte man denken, dass das vollkommen normal ist im Internet, aber leider ist es das nicht. Wenn ihr eure E-Mails benutzt, dann ist es in der Regel so, dass der E-Mail-Anbieter theoretisch Zugriff auf eure E-Mails, auf die Inhalte eurer E-Mails hat. Bei einem Passwort-Manager sollte das auf keinen Fall der Fall sein. Wenn wir beispielsweise mal einen Blick auf die Webseite von OnePassword werfen, dann steht hier, ihre OnePassword-Daten sind Ende-zu-Ende verschlüsselt, um sie bei der Verwahrung und dem Übertragen zu schützen. Das bedeutet, wie sie hier auch in einem Drei-Schritte-Prinzip erklären, dass die Daten auf eurem Endgerät, also beispielsweise auf eurem Computer, wird eure Passwort-Datenbank verschlüsselt und erst dann wird sie zu dem jeweiligen Service geschickt. Werfen wir einen Blick auf ein paar weitere grundlegende Funktionen, die meiner Meinung nach jeder Passwort-Manager haben sollte und die auch alle Passwort-Manager haben, die wir uns gleich anschauen. Das erste ist, dass wir Passwörter importieren können. Wenn du deine Passwörter bisher im Browser gespeichert hast oder bei einem anderen Passwort-Manager gespeichert hast, dann sollte es sehr einfach sein, diese zu einem anderen Passwort-Manager mitzunehmen. Hier bei OnePassword wähle ich zum Beispiel einfach meinen Browser aus oder meinen Passwort-Manager, den ich davor verwendet habe. Wenn ich zum Beispiel meine Passwörter bei Google Chrome hätte, dann klicke ich einfach hier drauf und ziehe dann meine CSV-Dateien hier rein. Außerdem gibt es hier auch noch einen Infoartikel, wo genau drinsteht, wie ich eigentlich meine Passwörter aus Google Chrome exportiere. Eine weitere hilfreiche Funktion von Passwort-Manager ist das Generieren von sicheren Passwörtern. Werfen wir mal einen Blick darauf, wie das bei Bitwarden ist. Wenn ich hier auf die Erweiterung von Bitwarden draufklicke, dann habe ich die Möglichkeit, hier unten mir Passwörter zu generieren. Aktuell ist das Passwort hier 14 Zeichen lang. Ich kann aber auch einfach sagen, dass das Passwort 100 Zeichen lang sein soll und dann hätte ich gern auch noch Sonderzeichen mit dabei und schon habe ich ein extrem langes, zufälliges Passwort, was ich mir hier einfach kopieren kann und dann als neues Passwort verwenden kann. Außerdem sollte ein Passwort-Manager die Möglichkeit bieten, über eine Erweiterung in deinem Browser direkt die Passwörter zu speichern und das idealerweise auch automatisch. Wenn ich mich bei einem Account anmelde, wie beispielsweise hier bei der ARD, dann sollte das ein Passwort-Manager, wie zum Beispiel hier Dashlane, automatisch erkennen und dann klicke ich hier einfach nur noch auf Speichern. Wenn ich mich dann das nächste Mal bei der ARD anmelden will, dann erkennt das die Erweiterung automatisch und ihr seht, hier wurde mein Passwort ausgefüllt und wenn wir hier mal auf die Chrome-Erweiterung draufklicken, dann sehen wir auch direkt hier hinterlegt, dass die Webseite gespeichert wurde. Das heißt, der Passwort-Manager merkt sich, welche Zugangsdaten ich auf welchen Webseiten eigentlich verwende und das macht es auch extrem einfach und komfortabel, sichere Passwörter direkt automatisch auszufüllen. Natürlich solltest du deinen Passwort-Manager mit einem sehr sicheren Passwort absichern, aber neben einem sicheren Passwort ist auch ein zweiter Faktor extrem wichtig. Warum das so ist, das kannst du dir gerne mal in diesem Video anschauen. In der Praxis bedeutet das jetzt konkret, wenn ich mich bei meinem Passwort-Manager hier anmelde, dann habe ich mein Passwort hier richtig eingegeben und klicke auf mit Masterpasswort anmelden und jetzt will er aber noch einen zusätzlichen Verifizierungscode haben und der wird an meinem Handy alle paar Sekunden neu generiert. Das heißt, selbst wenn ein krimineller Zugriff auf mein Masterpasswort hätte, könnte er sich nicht einloggen, weil er erst mein Handy bräuchte, wo sich meine Verifizierungscodes immer wieder neu generieren. Und das letzte grundlegende Merkmal von Passwort-Managern sollte sein, dass sie auf verschiedenen Plattformen funktionieren. Werfen wir mal ein Beispiel auf Bitwarden. Hier kann ich Bitwarden nicht nur an meinem Computer, an meinem Mac-Computer hier verwenden, sondern natürlich auch für Windows, auch für Linux. Dann gibt es Browser-Erweiterungen für eigentlich alle bekannten Browser und natürlich kann ich auch meine Passwörter mobil mitnehmen und es gibt Apps für iOS, für iPhones und für Google Handys. Alle Passwortmanager, die wir uns gleich anschauen, sind auf den großen bekannten Plattformen verfügbar. Kommen wir jetzt zum spannendsten Teil des Videos und zwar dazu, welche Passwortmanager ich mir eigentlich angeschaut habe. Und zwar sind das LastPass, Dashlane, OnePassword, KeyPass und Bitwarden. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ich euren Lieblings-Passwortmanager vergessen haben sollte. Meinen Recherchen nach sind das die bekanntesten Passwortmanager auf dem Markt, wenn man sich beispielsweise mal Tests von Chip, Heise oder der Stiftung Warentest anschaut. Meine Auflistung hat natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es gibt sicher noch einige andere gute Anbieter da draußen und es ist auch kein kompletter Test, sondern es soll eher ein Vergleich sein, bei dem ich verschiedene Vor- und Nachteile hervorhebe, aber jetzt kein konkretes Ranking aufstelle und euch den allerbesten Passwortmanager da draußen vorstelle. Auch die integrierten Passwortmanager in den großen Browsern, also beispielsweise von Google oder den Apple-Schlüsselbund, habe ich erstmal außen vor gelassen. Hinterlasst mir gerne einen Kommentar, wenn ihr mehr über die integrierten Passwortmanager von Google, Apple und Co. wissen wollt. Kommen wir zu unserem ersten Passwortmanager und zwar zu LastPass. LastPass ist oder war der wahrscheinlich bekannteste Passwortmanager auf dem Markt. Laut Statista war 2021 LastPass der verbreiteste Passwortmanager mit ganzen 21%. Aber dieser Wert rutschte auf 9% runter innerhalb von einem einzigen Jahr. Und das hat auch einen Grund und zwar hat LastPass eine nicht so gute Vergangenheit, wenn es um die Sicherheit geht. Also um das Wichtigste, was eigentlich einen Passwortmanager angeht. Dazu gibt es sogar eine eigene Rubrik bei Wikipedia, wo fast jährlich verschiedene Security-Inzidenz, also verschiedene Sicherheitsvorfälle aufgelistet sind. Der wahrscheinlich größte Vorfall war letztes Jahr 2022, wo kriminelle Zugriff auf sehr viele Passwort-Tresoren von LastPass-Kunden bekommen haben sollten. Dazu gibt es auch einen spannenden Artikel von Heise, wo sie das genauer aufgeschlüsselt haben. Aber auch hier gilt, LastPass hat Gott sei Dank eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung verwendet. Das heißt, wenn man ein sicheres Master-Passwort und einen zweiten Faktor verwendet hat, ist es im Prinzip unmöglich, dass diese Hacker mit aktueller Technik diese Passwort-Tresoren knacken können. Aber trotzdem ist es natürlich extrem unschön, wenn sowas bei einem Passwortmanager häufiger auftritt, was bei LastPass der Fall war. Und deswegen ist LastPass der einzige Passwortmanager von meiner Auflistung, den ich euch leider nicht ans Herz legen kann. Kommen wir zum zweiten Passwortmanager und zwar zu Dashlane. Was mich bei Dashlane überrascht hat, ist die sehr hübsche Oberfläche. Schauen wir uns mal an, wie Dashlane im Browser aussieht. Hier habe ich ein Fenster, wo ich alle meine Login-Daten habe. In meinem Fall ist das jetzt nur der Login, den wir vorhin bei ARD angelegt haben. Und hier auf der rechten Seite sehen wir dann eine Auflistung, was hier alles in diesem Login gespeichert wurde. Auch die Erweiterung für den Browser, bei mir ist das der Brave Browser, also ein Browser, der auf Chromium basiert. Die ist sehr hübsch und ist aus meiner Sicht intuitiver, also einfacher verständlicher als bei vielen anderen Anbietern. Hier habe ich einmal meinen Tresor, den ich jetzt durchsuchen kann, beispielsweise nach ARD. Und dann wird mir direkt der ARD-Eintrag vorgeschlagen. Außerdem habe ich hier meine Autovervollständigung, also auf welchen Websites automatisch meine Anmeldedaten eingetragen werden, einen Generator für sichere Passwörter und noch ein paar weitere Funktionen. Die zweite Funktion, die ich euch bei Dashlane vorstellen will, ist die Dark-Web-Überwachung. Soweit ich weiß, funktioniert die nur, wenn ihr die Premium-Variante ausgewählt habt. Was Dashlane dann im Hintergrund macht, ist, dass sie bis zu fünf E-Mail-Adressen von euch nehmen und das Dark-Web sozusagen auf diese E-Mail-Adressen überprüfen und schauen, ob irgendwelche Leaks, irgendwelche Zugangsdaten von euch da draußen im Netz herumschwirren. Wenn euch das interessiert, dann könnt ihr das aber auch ganz einfach selbst machen. Dafür müsst ihr aber nicht unbedingt bezahlen, denn dafür gibt es auch Dienste wie beispielsweise Have I Been Pwned, wo ihr dann seht, ob eure E-Mail-Adresse irgendwo da draußen im Darknet herumschwirrt, zusammen mit möglichen Passwörtern. Dashlane bietet auch eine kostenlose Variante, die ihr verwenden könnt. Allerdings ist der größte Nachteil dabei, dass ihr nur ein Gerät verwenden könnt. Wenn ihr dann upgraden wollt, also unlimitierte Geräte benutzen wollt, dann kostet das Ganze 2,75 Euro pro Monat. Also ungefähr 30 Euro im Jahr, was es mir persönlich auch wert wäre, für die Sicherheit meiner Passwörter zu bezahlen. Kommen wir zum dritten Passwortmanager und zwar zu OnePassword. Wahrscheinlich ist das der älteste kommerzielle Passwortmanager und zwar gibt es den seit 2006. Zusammen mit Dashlane hat OnePassword aus meiner Sicht die hübscheste Oberfläche. Auch bei OnePassword werden meine Daten in der Cloud gespeichert, also meine Passwörter in der Cloud gespeichert, natürlich Ende zu Ende verschlüsselt und ich kann hier entweder über eine Webseite auf meine Passwörter zugreifen, aber auch über eine App, über ein separates Programm, das habe ich mir jetzt nicht hier runtergeladen oder auch über eine Erweiterung im Browser. Schauen wir uns mal diese an, die sieht ziemlich ähnlich auch aus wie auch bei Dashlane. Eine Sache, die ich hier hervorheben möchte, ist, dass ihr nicht nur Passwörter speichern könnt, sondern ihr könnt auch Kreditkarten, sichere Notizen, Identitäten oder andere Informationen hier speichern, sogar auch euren Jagdschein. Also alles Informationen, die ihr vielleicht nicht einfach so als unverschlüsselte Notiz herumliegen lassen wollt, sondern die euch sehr wichtig sind. Auch ich mache das, ich habe beispielsweise alle meine Kreditkarten in meinem Passwortmanager gespeichert, weil ich weiß, dass sie dort am sichersten aufgehoben sind. Das ist übrigens eine Funktion, die ist nicht nur bei OnePassword so, sondern die ist eigentlich bei allen Passwortmanagern mit dabei. Auch mit OnePassword kann ich meine Logindaten automatisch ausfüllen bzw. sie werden automatisch gespeichert. Wenn ich mich irgendwo anmelden will, dann erkennt OnePassword automatisch, dass es sich hier um ein Anmeldefenster handelt und wenn ich jetzt hier mein Passwort eingebe, dann fragt er mich sofort, also will ich das speichern? Dann klicke ich hier auf Ja in OnePassword speichern. Sag ich Ja, ARD passt, das ist meine E-Mail-Adresse. Dann klicke ich auf Speichern und wenn ich das nächste Mal hier auf der Seite bin und mein Passwort nicht manuell eintippen will, dann klicke ich hier einfach drauf und sage ausfüllen und dann ist das Passwort ausgefüllt. Eine Sache, die mir bei OnePassword besonders gut gefallen hat, die bei anderen Passwortmanagern nicht so zu finden sind, das sind die Security Audits von OnePassword. Security Audits bedeuten, dass externe Unternehmen damit beauftragt werden, dass sie das Unternehmen bzw. die Technologie hinter einem Passwortmanager prüfen und schauen, ob diese sicher sind und ob die versprochenen Dinge auch eingehalten werden von dem Passwortmanager. Das heißt, ihr müsst euch bei OnePassword nicht darauf verlassen, dass sie einfach nur leere Versprechungen abgeben, sondern durch diese externen Audits wird von anderen Unternehmen bestätigt, dass sie sich auch wirklich an das halten, was sie eben sagen. Hier sieht man, dass sie sich allein im letzten Jahr mehr als zehnmal Auditen haben lassen und zwar bezieht sich das auf verschiedene Funktionen, auf verschiedene Clients, auf verschiedene Programme, auf verschiedene Technologien, die so im Hintergrund laufen und was auch gut zu sehen ist, dass es nicht immer nur ein Unternehmen war, sondern dass es eine Handvoll von Unternehmen sind, die diese Funktionen geordnet haben und dass man diese Reports auch online einsehen kann. Leider ist OnePassword der teuerste Passwortmanager. Er hat keine kostenlose Variante und die günstigste Einsteigervariante, also die günstigste Variante, die ihr euch als normalen Nutzer holen könnt, die kostet ganze drei Euro pro Monat, also etwas mehr als 30 Euro im Jahr. Und zwar sind das 2,65 Euro plus Mehrwertsteuer. Kommen wir zum vorletzten Passwortmanager, den ich euch vorstelle. Man könnte sagen zum Urgroßvater aller Passwortmanager und das ist KeePass. KeePass ist wahrscheinlich der beliebteste Passwortmanager für IT-Nerds da draußen, für Menschen, die sich mit Technik auskennen und die möglichst viel selbst anpassen wollen. Einer der größten Vorteile von KeePass ist, dass er Open Source ist. Also er ist kostenlos, er ist komplett kostenlos, free and open source. Das heißt, der Quellcode von KeePass, der ist öffentlich einsehbar. Wenn ihr also Programmierer seid und die Sicherheit von KeePass überprüfen wollt, dann könnt ihr auf eine Webseite wie diese hier gehen und euch anschauen, wie eigentlich der Quellcode von KeePass aussieht. Jetzt denkt ihr vielleicht, dass das extrem unsicher ist, wenn jeder sich den Quellcode anschauen kann von KeePass. Aber genau darin liegt die Sicherheit und auch Simplizität von sogenannter Open Source Software, weil wir müssen hier nicht Unternehmen vertrauen, wir müssen auch nicht externen Audits vertrauen, wie wir im vorherigen Beispiel von OnePassword gesehen haben, sondern wir als Nutzer können uns selbst anschauen, wie das Programm eigentlich funktioniert. Bei großen Projekten wie zum Beispiel KeePass bedeutet das, dass sich tausende Entwickler da draußen den Quellcode der Software anschauen und auch auf Fehler überprüfen. Deswegen kann man festhalten, dass Open Source Software, also Software, die einen offenen Quellcode hat, dass die etwas vertrauensvoller und sicherer ist als Closed-Source-Software, also Programme, von denen der Quellcode nicht öffentlich einsehbar ist. Mit KeePass habt ihr extrem viele Möglichkeiten und das ist gleichzeitig der größte Vorteil als auch der größte Nachteil des Dienstes. Denn ihr müsst euch bei vielen Dingen selbst drum kümmern, wie sie eigentlich funktionieren, was bei anderen Diensten für euch übernommen wird. Das fängt auch schon beim Programm an, denn wenn wir uns mal anschauen, wo wir KeePass eigentlich herunterladen können, dann können wir hier auf Downloads klicken und hier sehen wir jetzt, dass wir KeePass für Windows herunterladen können. Wenn wir aber etwas herunterscrollen, dann sehen wir, dass es sehr viele verschiedene Ausführungen von KeePass gibt, die wir uns herunterladen können. Bei Open-Source-Software ist das oftmals der Fall, dass sich Entwickler den Quellcode nehmen und anpassen und ihre eigene Version davon veröffentlichen. Die wahrscheinlich verbreitetste Version von KeePass ist KeePass XC und die existiert nicht nur für Windows, sondern beispielsweise auch für macOS. Und wie ihr seht, ist diese Webseite auch schon mal etwas ansprechender und dementsprechend ist das User Interface, also die Benutzeroberfläche, auch etwas ansprechender als das normale Standard KeePass. Ich habe mir das Programm mal heruntergeladen, installiert und standardmäßig sieht das so aus, also gar nicht mal so hässlich. Und wenn ich mich jetzt hier in meine Datenbank einlogge, dann habe ich hier eine Übersicht über meine Zugangsdaten. Aktuell habe ich hier keine drin, die könnte ich aber neu hinzufügen über das Plus-Icon und könnte hier jetzt auch wieder reinschreiben ARD, mein Benutzername und mein Passwort. Ein weiterer großer Unterschied bei KeePass ist, dass meine Daten nicht bei einem Anbieter in der Cloud gespeichert werden, sondern dass meine Daten einfach in einer kleinen Datei abgespeichert werden. Das heißt, ich kann auch mehrere dieser Dateien, mehrere dieser sogenannten Datenbanken erstellen und die habe ich dann einfach als kleine Datei hier bei mir auf dem Computer. Bei mir ist die jetzt in meinem Fall nur ein Kilobyte groß, also extrem klein und dann kann ich mit dieser Datenbank machen, was ich will. Das heißt aber auch, dass ich selbst dafür verantwortlich bin, dass diese Datenbank zum Beispiel gesichert wird, damit, wenn meine Festplatte beispielsweise den Geist aufgibt, ich nicht den Zugriff auf alle meine Passwörter verliere. Was deshalb viele machen, ist, dass sie sich selbst eine Cloud-Synchronisation einrichten, also dass sie beispielsweise diese Datei hier in ihrer Cloud, also beispielsweise bei Nextcloud oder Google Drive hinterlegen und dann auf einen anderen Computer synchronisieren, in die Cloud synchronisieren oder auf ihr Handy synchronisieren. Wenn wir uns jetzt mal KeyPass XC anschauen, dann sehen wir, dass es nur Clients, also nur Anwendungen für macOS, Windows und Linux gibt, aber wir wissen ja, es gibt sehr viele verschiedene andere Clients für KeyPass. Das heißt, wenn wir nochmal zurückspringen, dann können wir sehen, dass es auch für Android sehr viele andere Clients gibt, die wir herunterladen können. Und übrigens gibt es auch für KeyPass XC eine Browser-Erweiterung, die ich mir installieren kann und die funktioniert dann ähnlich wie auch die Browser-Erweiterung von den anderen Passwort-Managern. Das heißt, wenn ich mich anmelde, dann fragt er mich direkt hier oben, hey, willst du das Passwort speichern? Dann sage ich ja, ein neues Passwort anmelden und dann ist das Passwort hier in meiner Browser-Erweiterung hinterlegt und wurde automatisch in meiner Datenbank hier gespeichert. Kommen wir zum fünften Passwort-Manager und zwar zu Bitwarden. Wenn ihr sagt, das mit dem Open Source von KeyPass, das hört sich interessant an, weil ich maximales Vertrauen habe durch den offenen Quellcode, aber bei Bitwarden stört euch, dass das Ganze etwas kompliziert ist, dass ihr euch um zu viel kümmern müsst, dann könnte Bitwarden für euch interessant sein. Denn auch Bitwarden ist Open Source, wie wir hier sehen. Also wir können uns beispielsweise anschauen, Mensch, wie ist denn der Quellcode vom Server? Dann klicken wir drauf, werden zu GitHub weitergeleitet und könnten uns hier den Quellcode anschauen. Das ist nicht für uns als normalos interessant, aber eben für ganz viele Entwickler da draußen, die den Quellcode sicherstellen wollen. Also Bitwarden ist eben nicht nur Open Source, sondern Bitwarden hat außerdem auch eine sehr einfache und übersichtliche Oberfläche und wir können ihn als Cloud-Passwort-Manager verwenden, genauso wie das zum Beispiel bei OnePassword oder Dashlane der Fall war. Wenn ich mich also wieder hier bei der ARD anmelde, dann fragt auch Bitwarden mich, ob ich mein Passwort speichern will. Ich sage, ja, ich will das speichern. Dann ist es hier hinterlegt. Ich sehe hier alle Informationen dazu und ich habe auch eine Web-Oberfläche, wo ich jetzt das Passwort hier sehe. Meine Datenbank muss ich nicht selbst verwalten oder selbst absichern, sondern das ist alles bei Bitwarden in der Cloud gespeichert. Und das Schönste bei Bitwarden ist, dass er sogar komplett kostenlos ist. Es gibt zwar bezahlte Accounts, beispielsweise für Unternehmen oder auch für private Nutzer, aber wenn du die kostenlose Version hast, dann kannst du nicht nur unbegrenzt viele Passwörter speichern, sondern du kannst auch unbegrenzt viele Geräte verwenden. Das heißt, du kannst deine Passwörter von deinem Desktop-Computer an dein Tablet, an dein Laptop und auch noch an dein Smartphone synchronisieren und hast sie also immer mit dabei. Wenn du dich technisch ziemlich gut auskennst oder einfach eine neue Herausforderung haben willst, dann könntest du Bitwarden sogar auch selbst hosten. Das würde ich dir aber wirklich nur empfehlen, wenn du viele Stunden Zeit hast und wenn du technisch gutes Vorwissen hast, denn wie du siehst, ist das Ganze nicht so einfach, aber es ist sehr interessant, wenn du die ultimative Datenhoheit haben willst und beispielsweise deine Passwörter bei dir im Keller auf einem eigenen Server speichern willst. Jetzt habt ihr also einen Überblick über die bekanntesten Passwortmanager da draußen. Mich würde jetzt interessieren, habt ihr schon einen Passwortmanager und wenn ja, welchen? Schreibt es gern unten in die Kommentare und falls ihr noch keinen Passwortmanager habt, dann wählt doch einfach einen dieser Passwortmanager aus und richtet ihn mal ein. Ihr müsst ja nicht gleich euer komplettes digitales Leben umkrempeln, aber einfach mal fünf oder zehn Passwörter in den Passwortmanager übertragen und zu schauen, wie das Ganze funktioniert. Denn meiner Erfahrung nach dauert es nur wenige Minuten, bis man so einen Dienst eingerichtet hat und er spart euch nicht nur Zeit, sondern viel wichtiger, er gibt euch natürlich auch deutlich mehr Sicherheit, weil ihr sichere und einzigartige Passwörter speichern könnt. Abonniert gerne den Kanal, wenn ihr weitere Tool-Vergleiche wie diesen hier sehen wollt und ich freue mich euch dann im nächsten Video zu sehen. Macht's gut!